Okay, ich habe heute einen Glitch bei Clash Royale, ich gebe es zu, der ist von mir, da habe ich von den lieben Clash Games, habe ich gerade geguckt und der Glitch geht so dumm, also du musst, also seht ihr das, die Schwerter, also zwischen, das muss genau in die Mitte sein und danach auf Shop gedrückt halten. Es ist richtig schwarz, aber wenn, wenn ihr, wenn ihr wieder loslässt, ist es wieder, ja, normal. Boah, der Glitch ist übel zu cool, Digga. Oh, schwarz. Uwe, Digga. Ja, und ich zeige mir ein paar Wiederholungen, also die ich nicht selber gekämpfte. Was meint der, wer gewinnt? Ich bin für den blauen. Ohne Scheiße, ich bin für den blauen. Der ist sogar noch meiner. Boah, der ist schlecht, aber wieso, wieso, unternehmt er nix? Golem. Jetzt bin ich gespannt, wie er, wie er den kleinen kriegt. Er, 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 unternehmt einfach nix. Aber der Ton da unten links ist da und 100 pro. Ich bin immer noch für den blauen. 100 prozent. Immer noch. Okay, ich zweifle ein bisschen. Nee, ich bin trotzdem für den blauen. Oh, rakete. Keine Chance, trotzdem für den blauen. Nee, doch nicht. Opfer doch noch den blauen. Oh, der ist so dumm im Kopf. Oh, wieso hat der nicht auf dem Korn, Königsturm, Königsturm, sag ich schon. Königsturm gemacht. Er will jetzt eher mehr. Aber ich hab gesagt, ich bin für den Dings. Der ist so behindert im Kopf, ey. Ach du Scheiße. Deswegen bin ich für den blauen. Ich wusste es einfach. Ich glaube, er macht das jetzt. Aber er verliert sowieso. Mach doch jetzt schnell. Wieso, wieso will er unbedingt nicht den, nicht den Kronen, Kronen, ey. Wo ist denn der Tag? Obwohl ich hätte dem nie einen guten Tag. Ach, du weh. Ihr wisst, glaube ich, warum. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ach, meine Fresse. Aha, ich wusste, der Blaue gewinnt. Okay, jetzt machen wir keinen kleinen Live-Angriff. Oh, falsche Taste. Voller falscher Dings. Ja, wieso geht der nicht mehr? Ich brauche meine Fresse. Wieso geht der nicht mehr? Boah. Noch ein Versuch? Egal. Versuch es einfach. Jetzt mal einen Live-Angriff. Ich bin die Beste. Ich habe die beste Arena. Level 3. Ah, ich bin die Arena. Level 5. Ich bin Level 6. Und ich habe mein Deck ein bisschen geändert. Ich nenne den Deck Epic Deck. Der immer gewinnt. Er kann nur Level 2. Ich bin die Arena. Peinlich. Wir haben hier ein Kindentenis. Du kannst es machen? Ich mache es einfach. Oh dumme Idee, ernsthaft. Scheiße. Oh man kacke. So, epic dick. All you know it is. What's that? What's that sound? Ja, genau das wollte ich, damit er nicht mal ein Goblin Beryl schrotten kann. Oh fuck. Boah, das wird nicht. Shit. Ich darf nicht gewinnen. Nein. Glitten. Oh, na weh jetzt ein Ding schwer. Nein. Scheiße. Ich frag das nicht so. Warten, 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 warten. Jetzt, ich komm schnell. Schneller. Ja, noch geschafft. Ja. 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 Ja, ja. 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 das gelockt wenn wir jetzt nicht gewinnen unlogisch haben wir noch 2 Sekunden ach egal ein unschäden good luck boah was hat das nicht in den letzten Sekunden den Tor noch geschottert also noch einmal den Glitch probieren Glitch jetzt klappt es also probiert den Glitch auch und wie gesagt den habe ich nicht selber entdeckt habe ich vorhin den Glitch links zum zweiten Mal ja das zweite Mal und ciao bis bald